Kampfkraft oder im Moment auch gerne Bier. Jetzt kann ich hier noch ein paar mehr Wirkbenchers hinsetzen. Da geht auch mal einer. Komm mal her, ich könnte, glaube ich, eine Factory haben. Ich dachte schon, das wäre so ein schleimiger Agent. Du weißt, du erinnerst mich an einer meiner früheren Anforderungen. Ich glaube, sein Name war Dave. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, denn meine Memorybanks bekommen einige Damage während dieser Zeit. Dave. Nein, ich bin kein Dave. The Factory ist sehr schön. Der Trader hat deine Antwort bekommen. So, das ist, wo du dich selbst benötigst. Aber du wirst, dass dein Palo-Rona dich finden würde. Das ist, weil ich dir ein paar Sachen, du wirst nicht glauben. Ja, eigentlich, du wirst, weil die Preise, die zu dem Betrieb haben. Okay, der kauft mir das nicht ab. Okay, der kauft mir das nicht ab. Der Trader hat zurückgekehrt. Der Trader hat zurückgekehrt. Der Trader hat zurückgekehrt. Perfekt, ja. Ich würde mich sehr gerne erst den Blauen ausschalten. Nur Leute ein, das sollte klappen. Ja. Cargo Holds, base in General Store. Rehabilitation successful. Du hast 1,000 E. Ja, mir ist so viel zuerst dabei. Der Trader hat zurückgekehrt. Arbe, FESA, 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 FESA. So, die kann ich produzieren. Sehr schön. Das finde ich super. There is a solar flare in progress. Shall I reconfigure the collector, to gather some solar energy? Hm. Jetzt mal sagen, der Hinschum besser geworden. Da spricht auch nichts gegen. Da sag ich doch definitiv nicht nur alles. Jetzt nehmen wir noch einen Punkt, um wirklich ausreichend zu haben. Ein paar Monster zu machen. Ein paar Monster zu machen. Rehabilitation successful. You have been paid 1,000 E. So. Ich bin hier oben das Bio-Deck. Hier sind wir. Hier ist ein Punkt. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. So, hier ist einer. So, was haben wir hier? Nicht so. Super, alles. Ah, ich hab das Geld. Was ist da denn los? Greift er an? Super. Da ist meine Station noch mittlerweile viel zu groß für, damit ich das finde. Wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ich kann's nicht sehen. Ich seh's nicht. Gleich geht aus dem Hoch. Gleich geht aus dem Hoch. Hier irgendwo hier. Ganz bestimmt. Macht's gleich BOOM. Scheint egal gewesen zu sein, wo es hochging. So. So. Brauchen ziemlich lange zum Produzieren. Genau, gute Ärzte. Da würde ich sicherlich nochmal ein, zwei nehmen. Und da habe ich jemanden gesehen hier. Administrator, Sensors indicieren, ein explosive device has been parted on the station. Nein, ich muss auf das Ding dann nicht wieder rauspacken. Na, von über her. Monk? Wer ist das denn? Gut, ich nehme mich. So. 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 Jetzt habe ich ja noch viel, viel mehr. Von den Security Columns. Und wir hier mal so viele nebeneinander auf, wie wir können. Wo ist es auf der littleen? Ja. So. Die Besucher ist gestorben. Hab ich dafür noch einen? Ja, hab ich. Ich noch einen? Ja, hab ich. Also kommt hier definitiv noch mal einer zusätzlich dahin. Der Schwerer hat eure Antwort bekommen. So, was bieten die mir hier? Ein paar Medical Supplies kann ich wohl verkaufen. Technologien kaufe ich da nicht ein. Und eigentlich geht's definitiv etwas weg. Das kaufe ich einfach mal. So, danke. Ich finde hier etwas interessantes. Oh, Security ist ganz alles verbessert. So, vor dem nächsten Angriff wird mal kurz gespeichert. Bisher läuft es nämlich gut. Der Schwerer hat eure Antwort bekommen. So, was wir noch an den Kaufmann-Personen haben. Das stellen wir jetzt noch mal ein. So, was wir noch an den Kaufmann-Personen haben? So, sehr schön. Jetzt ist noch eine kurze Frage. Wir sind noch ein paar Spiders. Wir sind noch ein paar Spiders. Wir sind noch ein paar Spiders. Hardclans für. Jetzt kann ich hier in Control. So toll finde ich die nicht. So, ein medizinischer ist immer gut. wir sind bestimmt in alter schwäche gestorben die befindet sich hier auf den gegnerischen erst mal feindlich machen genau so angeblich das hier so noch mal ein guter Sirenen-Mitarbeiter ich nehme auch nütz so wenn der nämlich kein energie collector macht dann sollte für ihn feierabend sein und das finde ich gar nicht mal so schlecht frei ist ob ich dann bei dem grünen weitergehe oder im gelben ich kann halt vieles vieles übernehmen beim blauen so so und dann öffnete ich asgaza has been completely destroyed so 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 über leichen über leichen über leichen kann aber mal hier rein so gibt es hier nur noch von ihm gehe ich mal ja wenn ihr vielleicht nur kanonenfutter darstellt reicht mir so ich bin mir nicht sicher ich glaube nicht schade so 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 die zeichnen können wir gleich aufmachen So, das geht jetzt alles oha. Kann man auch ruhig mal mitnehmen, das ist furchtbar hier. Das ist tatsächlich brauchbar. Was? Auf. Ach toll, jetzt geht das Ding da zu. Das kann angeschaltet werden, das darf weg. Hier wahrscheinlich auf, da hab ich gar nicht aufgepasst. Hier, Security-Column kann mal erforscht werden. Das kann ich nicht, weil so viel Müll da rumliegt. Da hin und da auch noch mein Cargo hold. So, was habt ihr? Ein bisschen Medica Supplies, hier Luxus kann ich eigentlich loswerden. Okay, das geht aus irgendwelchen Gründen nicht, wenn ich ganz klar wieso. So. So. Damit wir das auch ordentlich zu Geld machen können. So. 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 Okay? Na jae! Wer, was wollt ihr? Ein Merchandelschiff hat departiert. So, zusammenbauen, das auch. Auch das hier hinten brauche ich eigentlich nicht. So. Hier auch schön mal eine kleine Verteidigungslinie hinbastern. So, da Security-Bots hier definitiv vorbeikommen müssen. Hier mal hin. So, was haben wir da? So. Alien, kaufe ich mal ein. So, was haben wir? Da könnte ich definitiv nochmal eine hinsetzen. Ein Merchandelschiff hat departiert. So. Mach mal runter. So. 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 Da gibt es doch bestimmt einen besseren Platz für. So, genau das fand ich aber auch noch hier hinten haben, Recharger. Das ist mir mittlerweile sowas von egal, was die Namen haben. Okay, hier gibt es immer mal wieder ein paar kleine Kämpfe. So, jetzt kann ich definitiv ein paar... Ja. Ja. Ja.